Die Lichter des Raumschiffes glitzerten wie Sterne auf der dunklen Metallhöhle, während Kiran durch den Bazar von Cetar VII wanderte. Es war ein kaotischer Ort, voller exotischer Kreaturen, schillernder Technologien und Deals, die besser im Schatten blieben. Doch etwas an diesem Tag zog seine Aufmerksamkeit wie ein Magnet an. Eine junge Frau mit schimmernder, fast perlmuttartiger Haut saß in einem Käfig, ihre Augen, ein faszinierendes Violett, blickten voller Stolz und Schmerz zugleich. Sie war kein gewöhnliches Wesen, sondern eine Xelari, eine Rasse, die für ihre außergewöhnliche Schönheit und telepathischen Fähigkeiten bekannt war. Kiran blieb stehen, die Menschenmenge um ihn verschwamm, während sein Blick auf ihr Gesicht fixiert blieb. Der Händler, ein dicklicher Mann mit schmieriger Haut, bemerkte Kirans Interesse und rieb sich die Hände. Ah, ein Mann mit Geschmack. Diese hier ist ein echtes Juwel. Jung, ungezähmt und voller. Möglichkeiten. Er grinste vielsagend, während Kiran ihn mit zusammengezogenen Augenbrauen anstarrte. Was macht sie hier, fragte Kiran, seine Stimme ruhig, aber fest. Ach, eine traurige Geschichte, sagte der Händler mit gespieltem Mitgefühl. Ihr Vater hat sie verkauft, um seine Schulden zu begleichen. Aber schau sie dir an, sie ist ein echtes Kunstwerk. Perfekt für, na ja, was auch immer du dir vorstellst. Der Unterton in seiner Stimme ließ Kirans Hände zu Fäusten ballen. Die Xelari-Frau, deren Name Lyara war, richtete ihren Blick auf Kiran. Ihre Gedanken trafen ihn wie ein sanfter, aber eindringlicher Strom. Stern, ich brauche keinen Retter. Aber wenn du etwas mehr als nur Worte anzubieten hast, dann tu es Stern. Ihre telepathische Botschaft war kühl, aber da war ein Funken Hoffnung, den sie nicht ganz verbergen konnte. Kiran, ein Mann, der seinen Prinzipien folgte, konnte nicht zusehen, wie ein solches Unrecht geschah. Wie viel, fragte er, und der Händler grinste noch breiter. Eine Summe wurde genannt, und ohne zu zögern zahlte Kiran. Doch bevor er Lyara aus ihrem Käfig ließ, lehnte er sich zu ihr hinunter und flüsterte, »Du gehörst mir jetzt zumindest offiziell.« »Aber ich denke, du wirst bald merken, dass ich kein gewöhnlicher Besitzer bin.« Die Rückfahrt zu seinem Schiff war schweigend, aber die Spannung war greifbar. Lyara saß mit verschränkten Armen, ihr Blick starr aus dem Fenster gerichtet. »Also, was hast du jetzt mit mir vor?« »Soll ich dich amüsieren?« »Oder wirst du mich wie ein Haustier halten?«, fragte sie spitz, ihre Stimme klang wie Honig mit einem Hauch von Gift. Kiran lächelte nur leicht. »Ich habe dich nicht gekauft, um dich zu besitzen. Ich habe dich gekauft, um dich zu befreien. Aber Freiheit ist etwas, das du selbst definieren musst.« Sie schnaubte. »Und was willst du dafür?« »Kein Mensch tut etwas ohne Gegenleistung.« Er drehte sich zu ihr um, sein Blick direkt. »Vielleicht möchte ich einfach nur deine Gesellschaft. Vielleicht bin ich fasziniert von einer Frau. Die in einem Käfig sitzt und dennoch stärker aussieht als jedermann hier draußen.« Lyara war überrascht, ließ es sich aber nicht anmerken. Doch tief in ihr begann sich etwas zu ändern. Sie hatte Männer gesehen, die sie wie eine Ware betrachteten, und andere, die sie als Gefahr sahen. Aber Kiran schien anders zu sein neugierig, ja, aber auch respektvoll. Die nächsten Tage auf seinem Schiff waren eine Mischung aus Spannungen und unerwartetem Humor. Lyara lernte schnell, dass Kiran ein Meister der Doppeldeutigkeiten war. Seine Kommentare ließen oft genug Raum für Interpretationen, und sie fand sich oft dabei, ihn mit einer Mischung aus Verärgerung und belustigtem Interesse anzustarren. »Du bist ziemlich gut darin, mich sprachlos zu machen«, sagte sie eines Abends, während sie in der Kantine saßen. »Ich habe viele Talente«, antwortete er mit einem Zwinkern, das mehr sagte, als Worte je könnten. »Aber du scheinst auch nicht gerade harmlos zu sein.« »Ich meine, wer hätte gedacht, dass jemand, der so aussieht wie du, eine so scharfe Zunge hat?« Lyara konnte nicht anders, als zu lachen. Es war ein echtes Lachen, das sie seit Jahren nicht mehr gespürt hatte. »Vielleicht bist du der erste Mensch, der mich wirklich sieht und nicht nur das, was ich repräsentiere.« Die Nächte waren besonders interessant. Lyara bestand darauf, ein eigenes Quartier zu haben, aber sie bemerkte, wie Kiran immer eine respektvolle Distanz hielt, auch wenn er sie mit seinen Blicken fesselte. »Mach dir keine Sorgen, ich bin kein Dieb«, sagte er eines Abends, als sie ihn beim Starren erwischte. »Ein Dieb vielleicht nicht, aber du bist definitiv ein Schurke«, erwiderte sie, ihre Augen funkelten. »Könnte sein.« »Aber ich stehle nur Herzen, und selbst das nur, wenn sie mir freiwillig gegeben werden«, antwortete er. Mit jedem Tag, der verging, fühlte sich Lyara sicherer und neugieriger. Kiran brachte sie dazu, Fragen zu stellen, die sie sich nie erlaubt hatte. War Freiheit wirklich das, was sie wollte? Oder war es etwas Tieferes, etwas, das sie in Kirans Nähe fand? Eines Nachts, als die Sterne durch das Fenster ihres Quartiers leuchteten, klopfte es an ihrer Tür. Kiran stand dort, eine seltsame Mischung aus Unsicherheit und Entschlossenheit in seinen Augen. »Ich habe dir etwas mitgebracht«, sagte er und hielt ein kleines Medaillon hoch. »Was ist das?«, fragte sie skeptisch, aber sie nahm es trotzdem. »Es ist ein Stück meiner Heimat.« »Eine Kleinigkeit, aber ich dachte, du könntest es mögen.« Lyara öffnete das Medaillon und sah eine winzige Gravur darin ein Symbol, das wie eine Verschmelzung von Erde und Himmel aussah. »Das ist schön«, sagte sie leise. »Ich dachte, es könnte dich daran erinnern, dass du nicht allein bist.« »Egal, was passiert, du hast jetzt jemanden, der an deiner Seite steht.« In diesem Moment spürte Lyara, wie eine Welle von Emotionen über sie hinwegfickte. Kiran war kein Retter, kein Held, er war einfach er selbst. Und das war vielleicht genau das, was sie brauchte. Lyara betrachtete das Medaillon in ihrer Hand, während sie die Worte, die Kiran gesagt hatte, noch einmal durch ihren Kopf gehen ließ. Es war seltsam, wie ein so kleiner Gegenstand so viel Bedeutung haben konnte, aber irgendwie fühlte sie sich mit diesem einfachen Geschenk mehr verbunden, als sie es jemals für möglich gehalten hätte. Kiran stand immer noch in der Tür, als hätte er Angst, sie zu stören, oder vielleicht wartete er auf eine Reaktion, die mehr war als nur ein einfaches, schön. Sie wusste, dass er nicht wie die anderen war, die sie in ihrem Leben getroffen hatte, und das machte sie neugierig und vorsichtig zugleich. Sie spürte, wie eine leise Wärme in ihrem Inneren aufstieg, eine, die sie nicht ganz verstand, aber auch nicht ablehnen konnte. Du bist wirklich, seltsam, sagte sie schließlich und sah ihn mit einem gemischten Ausdruck aus Verwirrung und einer Spur von Lächeln an. Kiran hob nur eine Augenbraue, wie er es oft tat, wenn er versuchte, eine seiner humorwollen Antworten vorzubereiten, aber diesmal hielt er inne, als ob er spürte, dass es ein Moment war, der keine Witze brauchte. Vielleicht bin ich seltsam, sagte er leise, seine Stimme tiefer als sonst, aber vielleicht brauchst du gerade jemanden, der nicht in dein Bild von Normalität passt. Luara wusste nicht, was sie darauf sagen sollte, also schwieg sie, und die Stille dehnte sich aus, aber es war keine unangenehme Stille, sondern eine, die irgendwie beruhigend war, wie eine Decke, die sie beide einhüllte, auch wenn sie Welten voneinander entfernt waren. Schließlich trat Kiran zurück, als wolle er ihr Raum geben, aber sie spürte, wie etwas in ihr rebellierte, als wolle sie ihn nicht gehen lassen. Warte, sagte sie plötzlich, ohne wirklich darüber nachzudenken, und er hielt inne, drehte sich zu ihr um, seine Augen suchten ihren Blick. Warum machst du das? Warum, bist du so, es war eine ehrliche Frage, die aus einer Tiefe kam, die sie normalerweise vor anderen verbarg, aber bei ihm schien es anders zu sein. Kiran seufzte leise, trat wieder näher und lehnte sich gegen den Türrahmen. Weißt du, ich könnte dir eine Antwort geben, die wie aus einem schlechten Film klingt, begann er, und ein schwaches Lächeln huschte über sein Gesicht, etwas wie, ich habe eine Schwäche für verlorene Seelen, oder ich bin einfach ein netter Kerl. Aber die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Vielleicht bist du es, vielleicht bin ich es, vielleicht ist es einfach, das Universum, Luara schnaubte leise, aber nicht abweisend, und sah dann wieder auf das Medaillon in ihrer Hand. Das Universum ist ziemlich chaotisch, wenn du mich fragst, murmelte sie, und er lachte leise, ein warmes, echtes Lachen, das sie für einen Moment innehalten ließ. Ja, das ist es, stimmte er zu, aber manchmal bringt es Dinge zusammen, die Sinn machen, auch wenn man es nicht erwartet, sie blickte ihn wieder an, und in diesem Moment fühlte sie sich, als ob sie etwas verstand, das sie bisher nicht greifen konnte. Es war nicht nur seine Freundlichkeit, die sie berührte, sondern auch seine Fähigkeit, sie so zu sehen, wie sie wirklich war, ohne Erwartungen, ohne Urteile. Also, was jetzt, fragte sie schließlich, ihre Stimme leiser als zuvor, und Kiran zuckte mit den Schultern, ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Das hängt von dir ab, sagte er schlicht, aber was auch immer passiert, ich bin hier, diese Worte halten in ihr nach, während sie ihn ansah, und sie fühlte, wie eine seltsame Mischung aus Angst und Hoffnung in ihr aufstieg. Vielleicht war Freiheit nicht nur das Fehlen von Ketten, sondern auch das Vertrauen, dass jemand da war, um einen zu fangen, wenn man fiel. Und vielleicht war Kiran genau das, was sie brauchte, auch wenn sie es noch nicht ganz verstand. Sie wusste nur eines, die Reise mit ihm würde alles andere als langweilig sein. Luara saß noch immer mit dem Medaillon in der Hand, während Kirans Worte in ihrem Kopf nachklangen, und sie spürte, wie sich etwas in ihr langsam veränderte, wie eine Wand, die bröckelte, Stück für Stück, obwohl sie sich geschworen hatte, niemanden jemals so nah an sich heranzulassen. Doch etwas an ihm, an seiner Art, wie er sie ansah, ohne sie zu beurteilen, wie er sprach, ohne sie zu drängen, ließ sie sich zum ersten Mal seit langer Zeit sicher fühlen. Sicherheit war ein Luxus, den sie in ihrem Leben nie gekannt hatte, und diese plötzliche Vertrautheit war fast beängstigend, doch zugleich auch beruhigend. Kiran blieb noch einen Moment stehen, als hätte er das Gefühl, dass sie noch etwas sagen wollte, doch als sie schwieg, nickte er nur leicht und drehte sich um, um sie in Ruhe zu lassen. Doch bevor er die Tür schließen konnte, hörte sie sich selbst sagen, bleibt, das Wort war leise, fast ein Flüstern, aber es war genug, um ihn innehalten zu lassen. Er drehte sich um, und in seinen Augen lag keine Überraschung, sondern nur diese tiefe Ruhe, die sie jedes Mal aus dem Gleichgewicht brachte. Ich wollte nur, Danke sagen, fügte sie hinzu, ihre Stimme brüchig, als ob diese Worte schwerer waren, als sie sein sollten. Kiran lehnte sich an den Türrahmen und verschränkte die Arme, ein leichtes Lächeln spielte auf seinen Lippen. Für was? Dass ich dich aus einem Käfig geholt habe? Oder dafür, dass ich dich nicht wie eine Gefangene behandle, seine Stimme war sanft, aber sie hatte diesen vertrauten Hauch von neckendem Unterton, der sie jedes Mal gleichzeitig ärgerte und zum Lächeln brachte. Vielleicht beides, antwortete sie schließlich und sah ihm direkt in die Augen, was sie sonst vermieden hätte. Es war ein Moment des stillen Verständnisses zwischen ihnen, und obwohl keine Worte gesprochen wurden, fühlte sich die Luft schwer an, wie aufgeladen mit all den unausgesprochenen Gedanken und Gefühlen, die zwischen ihnen schwebten. Schließlich trat Kiran ein und ließ die Tür hinter sich leise zufallen, während er sich auf einen der Stühle setzte, die in ihrem Quartier standen. Also, Luara, begann er, seine Stimme jetzt lockerer, fast spielerisch, was macht eine Frau wie du normalerweise, wenn sie plötzlich frei ist? Gibt es eine Liste von Dingen, die du tun willst? Orte, die du sehen willst? Oder, jemanden, den du ärgern willst, sein Grinsen war so ansteckend, dass sie es nicht vermeiden konnte, selbst ein kleines Lächeln zu zeigen. Du scheinst ziemlich gut darin zu sein, mich zu ärgern, also könnte ich das vielleicht auf meine Liste setzen, konterte sie, und er lachte leise, ein warmes, ehrliches Lachen, das sie mehr berührte, als sie zugeben wollte. Ich nehme das als Kompliment, antwortete er, seine Augen funkelten vor Freude, und sie schüttelte den Kopf, als könne sie nicht glauben, wie leicht er es schaffte, ihre Stimmung zu heben. Doch tief in ihrem Inneren wusste sie, dass es nicht nur sein Humor war, sondern auch die Art, wie er sie ansah, als wäre sie mehr als das, was andere in ihr sahen. Weißt du, sagte sie nach einer Weile, ihre Stimme leiser, ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, für jemand anderen zu leben. Mein Vater hat immer gesagt, dass ich nur dann etwas wert bin, wenn ich ihm nützlich bin. Und als er mich verkauft hat, dachte ich, vielleicht hatte er recht, sie senkte den Blick, ihre Finger spielten nervös mit dem Medaillon, doch Kiran lehnte sich nach vorne, seine Stimme ernst und doch sanft. Dein Wert wird nicht von jemand anderem bestimmt, Luara. Du bist nicht hier, weil ich dich gekauft habe. Du bist hier, weil du stärker bist, als du selbst glaubst. Und wenn dein Vater das nicht sehen konnte, dann ist das sein Verlust, nicht deiner. Seine Worte trafen sie tiefer, als sie erwartet hatte, und sie spürte, wie ihre Augen feucht wurden, obwohl sie sich schwor, keine Tränen zu zeigen. Warum bist du so, fragte sie schließlich, ihre Stimme fast einflüstern. Warum kümmerst du dich überhaupt um mich, Kiran lehnte sich zurück, seine Arme wieder verschränkt, und dachte einen Moment nach, bevor er antwortete. Vielleicht, weil ich sehe, was du selbst nicht siehst. Vielleicht, weil ich glaube, dass jeder eine zweite Chance verdient. Oder vielleicht, fügte er mit einem schelmischen Lächeln hinzu, weil ich einfach schlecht im Wegsehen bin, wenn jemand wie du in Schwierigkeiten steckt. Sie schüttelte den Kopf, aber diesmal war es kein Zeichen von Frustration, sondern von etwas anderem, etwas, das sie noch nicht ganz in Worte fassen konnte. Du bist wirklich ein seltsamer Mensch, Kiran, murmelte sie, und er grinste nur breiter. Das höre ich oft, antwortete er, bevor er sich erhob und sich zur Tür wandte. Aber ich werde das als Kompliment nehmen, bevor er ging, warf er ihr einen letzten Blick zu, seine Augen suchten ihren, als wollte er sicherstellen, dass es ihr gut ging, und dann war er weg. Luara saß noch eine Weile in ihrem Quartier, das Medaillon fest in ihrer Hand, und dachte über alles nach, was geschehen war. Sie hatte immer gedacht, dass Freiheit etwas war, das sie allein erlangen musste, etwas, das sie sich verdienen musste. Aber jetzt, zum ersten Mal, begann sie zu verstehen, dass Freiheit vielleicht nicht nur das Fehlen von Ketten war, sondern auch das Wissen, dass jemand da war, der an sie glaubte, selbst wenn sie es nicht tat. Und obwohl sie es sich nicht eingestehen wollte, war Kiran vielleicht genau das, was sie gebraucht hatte, auch wenn sie es noch nicht ganz verstand. Doch eins wusste sie sicher, mit ihm würde das Leben alles andere als langweilig sein. Luara saß noch lange in ihrem Quartier, das Medaillon in der Hand, während sie die Worte wiederholte, die Kiran ihr gesagt hatte. Es war ein seltsames Gefühl, diese Mischung aus Hoffnung und Angst, die in ihr wuchs, als ob sie an einer Schwelle stand, hinter der etwas Neues, etwas Unbekanntes auf sie wartete. Sie hatte immer geglaubt, dass sie allein kämpfen müsste, um ihren Weg zu finden, dass es niemanden gab, auf den sie sich verlassen konnte, doch jetzt spürte sie, dass Kirans Anwesenheit eine Leere in ihr füllte, die sie nie bemerkt hatte. Die Tage vergingen, und Kiran blieb konsequent an ihrer Seite. Er zwang sie nicht, etwas zu tun, sondern bot ihr Möglichkeiten, ließ sie wählen, was sie tun wollte, und gab ihr die Freiheit, ihre eigene Richtung zu bestimmen. Doch mit jedem Moment, den sie mit ihm verbrachte, wurde ihr klar, dass sie ihn nicht nur als Begleiter sah, sondern dass sie begann, ihn als etwas viel Wichtigeres zu betrachten. Sein Humor, seine Stärke, seine Art, sie anzusehen, als wäre sie die einzige Person im Raum all das ließ ihre Mauern bröckeln, und sie konnte nicht länger leugnen, was sie für ihn empfand. Eines Abends, als sie zusammen auf dem Deck des Schiffes saßen und die Sterne betrachteten, nahm Kiran plötzlich ihre Hand. Sein Griff war sanft, doch sie spürte die Wärme, die von ihm ausging, und sie konnte nicht anders, als ihn anzusehen. Luara, begann er, seine Stimme war ruhig, aber sie spürte, wie ernst es ihm war, ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Und ich weiß, dass ich dir nicht alles nehmen kann, was passiert ist. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich hier bin. Für dich. Nicht, weil ich dich retten will, sondern weil ich bei dir sein will. Sie konnte den Kloss in ihrem Hals kaum herunterschlucken, als sie seine Worte hörte. Es war nicht das, was er sagte, sondern wie er es sagte mit einer Ehrlichkeit, die sie tief berührte. Sie spürte, wie Tränen ihre Wangen hinunterliefen, und zum ersten Mal in ihrem Leben ließ sie es zu, ließ sich fallen und fühlte sich sicher in seiner Nähe. Ich weiß nicht, wie ich das verdient habe, flüsterte sie schließlich, ihre Stimme war brüchig, doch er schüttelte nur den Kopf und zog sie in eine Umarmung. Du musst nichts verdienen, Lyara. Du bist genug, so wie du bist, diese Worte durchbrachen endgültig die letzten Barrieren in ihrem Herzen, und sie wusste, dass sie ihm vertrauen konnte, dass sie bei ihm eine Zukunft haben könnte, die sie sich nie erträumt hatte. Ihre Beziehung entwickelte sich schnell, doch sie fühlte sich nie überstürzt an. Jeder Moment mit Kiran war ein Schritt in Richtung Heilung, ein Schritt weg von der Dunkelheit, die sie so lange umgeben hatte. Er zeigte ihr die Schönheit der kleinen Dinge, das Lachen über einen dummen Witz, das Teilen einer Mahlzeit, das gemeinsame Schweigen, das mehr sagte als Worte. Und sie zeigte ihm, dass Stärke nicht immer bedeutet, unverwundbar zu sein, dass Verletzlichkeit auch eine Form von Mut sein kann. Sie ergänzten sich auf eine Weise, die sie beide überraschte, und obwohl es Herausforderungen gab, wuchsen sie gemeinsam daran. Eines Tages, als sie auf einem belebten Markt einer Kolonie waren, hielt Kiran plötzlich an und zog etwas aus seiner Tasche. Es war ein einfacher Ring, doch in seinen Augen lag eine Tiefe, die Lyara den Atem raubte. Lyara, sagte er, seine Stimme war leise, aber sie zitterte vor Emotionen, ich weiß, dass wir aus unterschiedlichen Welten kommen. Und ich weiß, dass unser Weg nicht immer einfach sein wird. Aber ich möchte keinen einzigen Schritt ohne dich machen. Willst du, willst du den Rest dieses Abenteuers mit mir verbringen? Ihre Augen füllten sich mit Tränen, doch diesmal waren es Tränen der Freude. Sie nickte, unfähig, die Worte zu finden, die ausdrücken konnten, was sie fühlte, und als er ihr den Ring ansteckte, wusste sie, dass dies der Beginn eines neuen Kapitels war eines, das sie gemeinsam schreiben würden. Die Hochzeit war schlicht, doch sie war perfekt. Es gab keine große Zeremonie, keine Menge von Gästen, nur sie beide und ein kleiner Kreis von Freunden, die sie auf ihrem Weg begleitet hatten. Während sie ihre Gelübde austauschten, sah Lyara Kiran an und wusste, dass sie endlich angekommen war, dass sie endlich den Frieden gefunden hatte, nachdem sie ihr ganzes Leben gesucht hatte. Und als sie ihre Hände hielten, versprach sie sich selbst, dass sie diesen Moment niemals vergessen würde. Die Sterne funkelten über ihnen, als sie zusammenstanden, und Lyara spürte, dass das Universum, so chaotisch es auch sein mochte, manchmal doch genau die Dinge zusammenbrachte, die zusammengehören. Dann noch ein paar Hände hielten. Vielen Dank.